Der Chris Evans spielt den Captain America ja sehr gerade, sehr patriotisch, voller, voller, ja, also im Vergleich zu Deadpool ist natürlich Captain America der Vorzeigesuperheld, der Gutmensch. Das gefällt mir sehr gut und der spricht natürlich ein bisschen tiefer und klarer und sehr selbstbewusst und Deadpool ist auch selbstbewusst, ist aber viel überdrehter. Also den Deadpool spreche ich auch viel höher und der macht ja auch viel mehr Blödsinn und quäkt rum und singt. Das gibt es bei Captain America ja nicht.